Guten Tag, ich heiße Margarete Wohlan und ich bin die Autorin des Radiobeitrags Polen vor der Wahl, die scheinheilige Rolle der Kirche, gesendet in der Weltzeit von Deutschlandfunk Kultur am 1. Oktober 2019, also zwölf Tage vor der Parlamentswahl. Die Weltzeitredaktion wollte diesen Tag zum Anlass nehmen, um nach Polen zu schauen und ich hatte den Eindruck, dass die katholische Kirche 2019 in Polen sehr präsent war, von LGBT bis hin zum Kindesmissbrauch und deshalb wollte ich über sie berichten. Was mir sehr am Herzen liegt, ist zu zeigen, wie wichtig der Film von Tomasz Sekielski, sagt es niemanden, in dieser ganzen Geschichte spielt, denn durch diesen Film habe ich erfahren, dass die Priester der katholischen Kirche in Polen sogar zu Solidarność-Zeiten Kinder missbraucht haben und das hat mich echt umgehauen, denn wie viele Polen damals, habe ich daran geglaubt, dass die Priester Helden sind und dass es nicht so ist, darüber wollte ich berichten.